Hallo und ganz herzlich willkommen hier ist GrauSonicX980 mit einem kleinen Special Video ja ich habe jetzt die Zeit gefunden und habe mir überlegt was könnte ich als Service der Special machen und ich habe jetzt etwas gefunden obwohl es eigentlich auch nicht gerade etwas spezielles ist als eher so eine spontane Idee und zwar ja ich musste mir überlegen was wollte ich aufnehmen und es fiel mir recht schwer da habe ich jetzt hier ein Gameplay Video und zwar von Mario Kart 8 das wurde am 28.12.2016 aufgenommen nämlich ein paar Stunden vor dem Livestream von Ciciano 88 das um 21 Uhr stattfand das wahrscheinlich auch auf YouTube ist ja ich wollte nur mal testen und meine skills noch gut sind weil ich war schon seit langer Zeit nicht mehr gefahren ob das auch mit der Folge gekrönt ist oder nicht das seht ihr dann gleich im Video bis gleich bis gleich also bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis Das war's für heute. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020